Wird er diese Selbstbeherrschung behalten, in den Interviews ja eher einen positiven Eindruck zu machen? Da müssen Sie den Trainer fragen, ist kein Müller-Satz? Nein, wirklich nicht. Das machen Junge, so Jungspunde wie Kimmich. Der ist ja 28 und hat vier Kinder, nur wenn im Spiel, wenn man die 60. Minute raus, wird er zu einem 20-jährigen Heißsport. Und Müller ist viel zu klug, weiß auch, wie wichtig er für den Klub ist und so viel Demut vor dem Klub hat er auch. Lass uns keine Sorgen machen. Bei Nico Kubals war das anders. Die ganze Atmosphäre war nicht okay. Und da gab es so ein bisschen Machtkämpfe. Trainer, Spieler, was nie gesund ist. Und da hat ja seine Frau dann was gepostet während des Spiels und all solche. Und da dachte ich, oh, das ist aber nicht Müller-like. Sie werden von ihm nichts hören, außer ich würde gern spielen. Wenn er mich nicht spielen lässt, wird er wissen warum, wer soll es begründen. Aber nicht fragen den Trainer. Davon bin ich ziemlich überzeugt und hoffe es auch sehr. Nicht als Bayern-Fan oder sonst was, sondern einfach nur, weil zwischen einem Klub wie Bayern, mit dem Selbstverständnis und einem Spieler wie Müller, das sollte anständig weiterlaufen. Und auch auslaufen. Aber wie gesagt, eine der Königsdisziplinen, das kann auch mal schief gehen.